Und am neunsten zum Vorbericht zum Spiel beim SV Werder Bremen mit dem Comeback der Charles, weil ich bin zurück, Semesterferien bei der Family, Doppel-Upload heute, gerne Videos abchecken von mir und RealNiko, eins bei ihm, eins bei mir auf dem Kanal, wollte aber trotzdem noch die Regel einhalten hier, zwei Tage vorm Spiel, der Vorbericht quasi nur auf uns bezogen, der kommt jetzt und hier auch, habe es auch bei Rieniko in Videos gesagt, es wird kein Stream geben am Samstag, weil ich auf dem Weg bin mit der Bahn nach London. Also ich werde es auch so halbwegs irgendwie hoffentlich über Bahn-WLAN sehen können im Spiel, aber natürlich nicht fähig, da irgendwie einen Stream hinzubekommen, nur dass ihr da Bescheid wisst. Karawane, die 15. Karawane Cannstatt gab es vor dem Heimspiel gegen Leipzig, geiles Bild auf Twitter gefunden hier. Die erste Karawane war 2006 vorm ersten Spieltag, da waren es knapp 300 Fans, noch der harte Kern quasi, der über den Vasen gelaufen ist. Das ist einfach geil, das ist Tradition. Und bei dir diesjährigen war es besonders geil, dass halt einfach Vogt, Werle und Co. da oben auf der Brücke standen. Das ist auch meines Wissens das erste Mal, dass eben der VfB verantwortlich dabei waren. Geile Bilder gibt es zu sehen bei Cannstattakurve.de und natürlich auch das Video zur Karawane auf YouTube bei Cannstattakurve.tv. Daniel Didavi, wir gehen so ein bisschen chronologisch durch, wurde vorm Spiel verabschiedet. Vertrag wurde nicht verlängert, es ist 32 Jahre alt, ist er auch bisher noch vereinslos, gehört aber trotz allem zum VfB Stuttgart. Ich war auch lange oder vor allem in letzter Zeit eben nicht mehr wirklich sportlich, vor allem nicht mehr wirklich Fan von ihm. Aber der Mann lebt in Vereinen. Wenn man an Didavi denkt, denkt man an den VfB. Das ist einfach so. Hier mal ein paar Stats zu ihm. Für die U19 von uns 35 Spiele, 20 Tore. Für den VfB 2, 67 Spiele, 12 Tore, 7 Vorlagen und natürlich Profimannschaft. 152 Spiele, 31 Tore, 19 Vorlagen. Und er ist eben halt wirklich auch schon erstmalig laut Transfermarkt.de 1997 aus Nürtingen zum VfB. Also es sind halt über 20 Jahre im Brustring. Gänsehaut pur. Wir machen weiter. Vor Anpfiff auch noch war es dann eben soweit. Dieser absolute Gänsehaut-Moment, mit dem ich auch nicht gerechnet hatte und die meisten nicht gerechnet hatten. Ich bin auch nicht der Erste, der das anspricht. Auch nicht der Letzte, der das anspricht. Aber das war einfach grandios. Das VfB-Lied Stuttgart-Kommt von Wolle Kriwanek lief, wurde zuerst abgespielt. Und als es dann vorbei war, hat die Kurve das aufgenommen, einfach weitergesungen. Das war mal angestimmt, das Ding. Dann kam auch mit dem Trommeln quasi davor, dass Stuttgart-Kommt. Und das war grandios. Ich brauche diese Stuttgart-Kommt-Energie vor allem. Das brauche ich für jeden Spiel. Von mir aus auch gerne auswärts, wenn das irgendwie angedacht ist. Überragend. Und auch hier, das hat richtig Tradition, das Lied. Man kennt das. Aber als Fangesang war es mir neu, das Lied. Ich glaube, den meisten war es neu als Fangesang. Interessant eben auch, auch das auf Twitter gesehen. Wie gesagt, hat Tradition. Am 1.12.1996 vor dem Topspiel gegen Bayern wurde das Lied vorgestellt. Am selben Tag ging auch die erste Homepage vom VfB online. Also das ist auch komplett traditionsreich. Das ist auch nicht wichtig. Schuss nach oben, 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 Schuss nach oben. Gefragt, getan, weil ich habe es ja im Vorbericht angesprochen, vielleicht Wiederholungsbedarf von diesem Banner, was wir gegen Hoffenheim mal hatten. Und jetzt wurde es auch gegen Leipzig von den Ehrenmännern oben auf dem Oberrang umgesetzt. Es gab ein schönes Spruchband gegen den Aussatzblock darunter, gegen RB Leipzig. Ich habe auch ein schönes Foto aus der Kurve dazu schießen können. Das war feierbar. Das ist der VfB. Hier mal ein paar geile Sachen rund ums Spiel. So ein bisschen fast, wie wir es mal hatten mit einem Format von diesen quasi Twitter-Perlen und sowas. Faszinierend Richtung, mal ein paar Sachen durchgehen. Das 1 zu 1 fühlt sich geil an. Zitat von Karlaitsch nach dem Spiel, dem ich auch 100% zustimme. Schöner Insta-Post von Nislet hat sowieso einen Traum auf der Instagram-Account von unserem Sportdirektor Vogt auch. Einen schönen Instagram-Post gemacht zu den Fans. Ein geiles Foto hier auch auf Twitter gefunden, in dem halt Endo, Dinos, am Ende auch Müller sich da reinwerfen. Alles tun, dieses 1 zu 1 zu verwalten. Und auch schön Ito, Insta-Story gemacht zu Karawane. This is our home. Es passt einfach im Verein. Das will ich hier damit vor allem ausdrücken. Florian Müller muss angesprochen werden. Maßgeblicher Grund gewesen, dass wir hier am Ende 1 zu 1 gespielt haben gegen RB Leipzig. Leipzig sehr, sehr stark und einfach eine Grund auf souveräne Leistung. Es freut mich sehr für ihn. Man hatte klar, Leipzig ist angerannt, aber ich hatte trotzdem nie ein krasses Gefühl, jetzt fliegt einer rein. Weil du wusstest, heute hast du ein gutes Gefühl da hinten drin. Da steht jemand drin, auf den verlässt du dich zu 100%. Letzte Saison war das natürlich oftmals nicht so. Wurde oft gehatet, hatte sehr viele unglückliche Spiele dabei. War einfach so, jetzt so eine Breakout-Season wäre halt schon geil. Man will jetzt nicht direkt auf so eine Entwicklung wie Kobel gucken, aber auch der hatte erst in der zweiten Saison, vor allem seine richtig starke Saison in der Bundesliga, dann bei uns bevor es im BVB ist. Richtig stark, richtig starke Partie. Hat sich seinen Platz in der Kicker-Elf des Tages 100% verdient. Also, weiter so. Kaderbreite. Ich gehe jetzt gar nicht auf Startelf-Tipp oder sowas ein, weil noch keine Pressekonferenz da ist. Die findet wohl erst wieder morgen früh statt. Sehr schade. Es war auch mal so, dass es zwei Tage vorm Spiel hatten. Jetzt irgendwie mal einen Tag vorm Spiel oder halt so nah am Wochenende, wie es nur geht irgendwie. Also wahrscheinlich wieder morgen früh, Freitagmorgen die PK. Einzige Änderung würde da ja vermutlich eh vielleicht Sosa sein, der vielleicht nochmal reinrücken könnte in die Startelf, wenn er fit genug ist. Sonst würde sich wahrscheinlich vermutlich eh nicht allzu viel tun. Und vielleicht auch Chulinov. Vielleicht rückt er jetzt eben aus dem Kader raus, weil es da ja vielleicht nach Anderlecht gehen könnte. Mal sehen. Persönliche Eingung soll ja schon da sein. Vier bis fünf Millionen Ablöse. Näheres, Meinung und so weiter. Würde in einem extra Video kommen, wenn der Transfer dann durchgeht. Dasselbe auch bei den Gerüchten um Kalajic-Abgang. Vielleicht zürgt es ja als Ersatz diesen, sag mal, ja, kleineren Gerüchten, die so ein bisschen angetastet wurden in den letzten Tagen. Will hier aber eben vor allem ganz kurz unsere Kaderbreite ansprechen. Das ist mir auch extrem aufgefallen. Rund um das Spiel gegen Leipzig. Was da eben von der Bank auch kommen kann. Startelf Bank und auch eben auch der Kader generell, was nicht auf der Bank sitzt. Da ist einfach eine Qualität da, die, finde ich, extrem viel höher ist als letzte Saison. Da hattest du oft das Gefühl, scheiße, von der Bank kann gar nicht mehr viel kommen. So, wir müssen mit der Top-11 da irgendwie was machen. Klar, auch viel wegen Verletzungen, wegen Corona und so weiter. Aber hier aktuell, was so auf der Bank saß, waren Karasor. Das waren Mola, Eklov, Mio, Perea, Pfeiffer. Nathal ist auf dem Weg zurück. Das ist eine brutale Kaderbreite, finde ich, die es wert ist anzusprechen. Weil ich finde, wir sind da extrem gut aufgestellt aktuell. Werder Bremen, wir kommen natürlich auch noch kurz zu unserem Gegner. Klare Geschichte, haben die direkten Wiederaufstieg geschafft. Sehr schön, dass die zurück sind. Freuen uns, glaube ich, alle einfach wieder auf dem Spielplan, Spiele von Schalke und Bremen zu lesen. Das ist einfach was Schönes. Hatten einen starken Auftakt in Wolfsburg. Davor aber auch wieder Thema Polizei, wie so oft im Fußball. Der wurde vollkommen überreagiert von der Wolfsburger Polizei. Und das haben wir wirklich auch alle verurteilt. Bremen hat es verurteilt, Spiele haben es verurteilt von beiden Seiten. Auch Wolfsburg, also der VfL Wolfsburg hat es auch verurteilt. Offiziell sehr traurig. Ich hoffe, das wird da gescheit aufgearbeitet. Das Spiel dafür top. 2-2 in Wolfsburg. Und das sogar, war noch mehr drin. 2-2 in Wolfsburg sowieso stark, finde ich, für einen Aufsteiger. Aber da war sogar noch mehr drin. Und das bestätigt so ein bisschen meine Saisonprognose bisher, auch wenn es nur ein Spieltag war. Aber ich sehe Bremen ziemlich sicher. Die haben einen ordentlichen Kader, sich stark verstärkt. Gerade in der Defensive. Klassenerhalt ist 100% drin. Eine Sache für Samstag könnte die Unklarheit bei Niklas Füllkrug sein. Mal gucken, ob der noch rechtzeitig fit wird für Bremen. Zu noch mehr Infos zu Bremen. Schaut euch die Videos mit Reniko an. Logischerweise Premi-Youtuber. Der hat die Ahnung. Also zieht euch die Videos da rein. Dritter gegen Vierter. Denn das hier macht auch noch mal klar, was das für ein Traditionsduell wird am Samstag. Durch den Punkt gegen Leipzig sind wir, habe ich auch schon vorhin angesprochen, nun Vierter in der ewigen Bundesliga-Tabelle. Und ein Platz vor uns eben, Werder Bremen, Platz 3 in der ewigen Bundesliga-Tabelle. Das ist ganz klar ein traditionsreiches Duell. Und wenn man es hochrechnet, haben wir auch diese Saison dann ein sehr spezielles Spiel vor uns. Am 27. Spieltag müsste das sein. In Bochum hat dann der VfB sein 1893. oder 1893. Bundesliga-Spiel. Silas Slow-Mo. Ja, kleiner Throwback noch zum letzten Auswärtsspiel bei Bremen. Das war 2020 im Winter. 1 zu 2 Sieg, 0 zu 2. Der Treffer durch Silas kurz vor Schluss. Und dann macht er ihn für manche fragwürdig, aber gleichzeitig auch irgendwie absolut legendär. Eben in Slow-Motion läuft er langsam hin. Und rollt das Ding dann später ins Tor, schiebt das Ding ein. Ein legendärer Moment aus dem letzten Spiel in Bremen. Prognose zum Schluss noch. Klare Geschichte. Wie auch schon in den Videos mit Nico gesagt. Das wird ein enges Ding, glaube ich. Du fährst halt zu einem Aufsteiger mit Hype. Und eben zum ersten Bundesliga-Spiel. Ersten Bundesliga-Heimspiel wieder. Für diesen Aufsteiger. Auswärts immer schwieriger als zu Hause. Ist ganz klar. Aber verlieren darfst du und brauchst du da auch nicht. Beide haben achtsame Punkte geholt. Ist ein wichtiges Spiel. Bremen wird auch, wie wir vermutlich auch, im Abstiegskampf sein. Mal gucken, wie tief drin. Aber man wird da unten Konkurrenz sein. Deswegen ist es in irgendeiner Form auch ein Sechs-Punkte-Spiel. Und trotzdem, wie gesagt, ohne jetzt irgendwie überheblich klingen zu wollen oder so. Wir sind zu gut, um in Bremen zu verlieren. Das siehst du. Das ist nicht nötig. Trotzdem Sieg natürlich auch nicht ganz easy dort. Ich tippe tatsächlich auf ein Unentschieden. Und wieder auf ein 1 zu 1. Ganz langweilig. Oder einfach langweilig, weil zweimal in Folge 1 zu 1 getippt. Umfrage im Community-Tab. Habe ich auch schon gepostet. Könnt ihr gerne abstimmen, was ihr so tippt. Gerne eure Meinung in die Kommentare zum Spiel. Und Spieltag wie immer auch hier neben mir nochmal komplett getippt. So ist er auch von mir in Kick-Tipp in unserer Runde getippt worden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Alle, die neu im Start sind, gerne das kostenlose Abo dalassen. Und bis zum nächsten Mal.